Willkommen in einem neuen PvP mit Mizuki. Diesmal allein, allein, allein. Genau, irgendwie sind wir nur... Hä? Sechs Leute? Wieso? Und das bei der Voidstar. Ihr wollt mich doch alle fertig machen. Ja, ich muss irgendwie aufpassen. Auf unsichtbare... Da, da, äh. Ist einer. So, macht euch mal da weg hier. Ich kann den sonst nicht heilen. Ach, kommt schon! Okay, ähm... Oh Gott, schnell, Zeitschinden. Danke. So. Ah, der tappt! Ah! Okay. Vorbei mit... Äh! Verstecken. Oh Gott, und rechts ist jetzt gar keiner. Ah, okay. Extrems doof. Und dann auch noch Ost 3. Ja, hm. Hehe, hee. Das kann ja heiter werden. Oh, jetzt sind wir immerhin sieben, Leute. Woo! Oh, ja, hier, Mini. Kommt. Ah! Das ist jetzt mit meiner Kamera wieder los. Oh Mann. Ist das Powertech? Warum ist der markiert? Powertechs heilen doch nicht, oder? Habe ich was verpasst. Oh Mann. Hör auf, hör auf. Hör auf. Äh, da tappt einer. Ich will den nur aufhalten. Ah! Herrschaftszeit. Nee. Oh, ich hasse die Voidster. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Voidster hasse? Ich hasse die Voidster. Habe ich das schon erwähnt? Okay, jetzt können wir nur zuschauen und Däumchen drehen und hüpfen. Dö, dö, dö. Gummibären. Hüpfen hier und hüpfen überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Oh Mann, wieso kann ich die nicht wegstimmen? Ach, die verflixten Leute hier wieder. Oh Gott. Wie viele waren das jetzt, die auf mich geschossen haben? Hm, 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 hm. Ich hätte gern eine Medaille fürs Schlechtsein. Da tätschern wieder einer. Na, 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 na. Oh Gott. Die machen aber auch einen Schaden. Das ist so derbe. Ich weiß auch nicht. Unfassbar manchmal. Da kann man gar nichts mehr machen. Der tappt gleich bestimmt wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt, helft mir mal. Wo sind meine Leute? Das gibt's doch nicht. Ich muss hier jetzt noch mich verteidigen und angreifen. Das ist ja mal voll übel. Bright Star ist wieder... Oh, ich bin tot. Ja, der Name gefällt mir irgendwie. Ich weiß auch nicht. Den kann man so toll aussprechen. Bright Star, Bright Star. Oh, ich hab Schuss gekriegt. Yay. Von Bright Star. Oh Gott. Ich bin hier auch grad sehr übel verwirrt. Ah, ja, es ist an mich. Na. Ja, Achtung. 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 Ich bezweifle, dass wir das besser hinkriegen werden. Egal. Ich versteck mich jetzt. Ich kann da... Ich mein, manchmal... Weiß nicht. Wenn ich jetzt da versucht hätte, die Bombe zu entschärfen, die hätten mich einfach umgebracht und ein Medaille gekriegt. Das finde ich manchmal irgendwie ein bisschen sinnlos. Bright Star! Nein! Mein Gott, Bright Star stirbt! Braptor. Braptor! Oh, da ist ein Heiler. Und niemand markiert ihn. Dunkle, bla. Du machst nix mit Dunkel hier. Ich markiere dich jetzt und dann wirst du hoffentlich angegriffen. So. Ey. Ihr seid schon wieder mich am Dingsen hier. Oh Gott. Ey, ich hab doch... Ich hab doch... Ah. Mich nicht mehr unterbrechen lassen. Immunität. Okay. Immunität gegen unterbrechen. Äh. Ach, egal. So. Und das Lustige ist, ähm... Ich hab ja auf diesem Server... Oh, ich darf raus. Ah, da steht einer. Gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sterb doch nicht. Oh mein Gott. Bright Star! Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Ich werde... Oh Gott. Irgendwie... Jemand snipet mich da grad weg. Find ich nicht nett. Ey. Unfassbar. Warum steht der hier nur rum? Was geht mit dem? Toll. Dann sind wir nur zu sechs draußen. Und der steht die ganze Zeit nur rum. Meine Güte. Okay. Also was ich festgestellt hab. Xiaomi ist ja... Impsseite hier. Und ich hab auch den Buff von ihr gekriegt. Macht stärker. Nur halt für... In Republik Grafik hier. Ja. Glaub ich zumindest, oder? Oder war das... Verstärkung? Ach kack. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Kriegt man anscheinend auch den Buff. Von der anderen Seite mit. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ah. Die haben schon getappt. Äh. Ja. Egal. Voidstar stinkt. So. Nee. Also wenn irgendjemand Tipps für die Voidstar hat. Ich wäre sehr verbunden. Vielleicht mag ich die Voidstar dann irgendwann. Das wäre sehr schön. Aber... Ah. So geht das gar nicht. Wird heruntergeladen. Bitte warten. Also mit der Voidstar komme ich überhaupt nicht klar. I weiß auch nicht. Okay. Ach so. Ja. Keiner gibt einen Befehl. Okay. Dann mache ich das einfach. Ja. Ja. Das ist die einzige Strategie, die ich kenne. Ich weiß nicht mal, ob wir Schleiche haben. Aber egal. Ah doch. Wir haben einen. So. Ja. Ich sollte jetzt auch nicht unbedingt... Das ist ein Sicherheitsterminal in der Nähe, um die Tür zu öffnen. Ah ja. Kommt alle runter. Kommt her. Kommt her. Ich liebe euch. Yay. Wer hat diesen Powertech markiert? Oh Gott. Der eine geht aber echt schnell... Schnell down. Dieser Dell 2. Okay. Okay. Der ist nur Level 30. Da ist es kein Wunder, dass er ein bisschen schneller down geht. Ja. Ne. Mhm. Greift mich an. Haha. Okay. Jetzt greift mich irgendwie niemand mehr an. Okay. Almendia. Almendia. Ich hole dich kurz her. Oh Mist. Okay. Das hat leider nicht geholfen. Oh Gott. Wie viel Schaden. 4.000... Okay. 4.444 Schaden. Ist nicht... Okay. Da stehen zwei auf der rechten Seite. Das kann nicht so gut sein. Okay. Hier kriegst du meine Heilbrise. Ich versuche mal irgendwie einen Zistanen hochzuheben. Wie auch immer. Wie funktioniert das dann? Ich mach hier mal einen Heilkreis irgendwie hin. So. Okay. Tipp. 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 Ich hab leider... Äh. Ich werde selber gestunt. Ja. Blöde. Äh. Ja. Wenn die da einen Flächenschaden hin machen, dann ist das auch doof. Dann kann man nicht tappen. Jetzt müsste man eigentlich gut rechts tappen können. Vielleicht ist ja jetzt ein Schleicher von uns rechts. Ich weiß es ja nicht. Bright Star. Nein. Tu mir das nicht an. Stirb nicht. Oh mein Gott. Bright Star. Ja, ja. Ist gut. Ist gut, Leute. Ist gut. Och Gott, du Gott, du Gott. Ey, da kann man echt nichts machen. Yay. Jemand war rechts. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Boah. Sehr, sehr gut. Ich bezweifle zwar trotzdem, dass wir irgendwie es noch schaffen. Ja, okay. Eigentlich brauch ich das noch nicht machen. So, jetzt schnell. Während ich laufe, verteile ich ein bisschen Schutz. Zumindest versuche ich das. Oh. Ah. Uh. Nein. Ihr dürft nicht passieren. Sind wir durch? Ja, wir sind durch. Ey, wir sind so gut. Ne, keine Ahnung. Ey, lasst mich in Ruhe. Finde ich nicht schön, dass ihr mich immer hier verschießt. Ich bin doch kein Verschießungsdings. Dings da, Dings. So. Ich versuche den mal hochzuheben. Aber wahrscheinlich bringt es nichts. Ah. Wieso nehmt ihr den wieder runter? Oh Mann. Das war schade. Das hätten wir vielleicht geschafft. Ach egal. Ich mach da einfach einen Flächenschaden hin. Oh nein. Atomato. Mann. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Der stirbt eh. Hm. Oder auch nicht. Warum steht er da im Flächenschaden drin? Das geht doch nicht. Du kannst nicht tappen, wenn da ein Flächenschaden ist. Jetzt kannst du tappen. Jetzt. Jetzt machst du es nicht. Jetzt machst du es. Ne. Doch. Was ist der? Oh Mann. So. Oh Gott. Okay. Schnell. Zeit schinden. Zeit schinden. Komm. Beschäftigt euch mit mir. Vielleicht tappt ihr jemanden auf der anderen Seite. Oh. Manche sind schlau. Die sind gleich auf die andere Seite gegangen. Ja. Ja. Ist gut. So. Wohin gehe ich? Oh. 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 Nein. Ich gehe auf die andere Seite. Oder? Ja. Brightstar. Almeda. Atoma. Delto. Wasch. Ist tot. Okay. Ich versuche jetzt einfach mal zu tappen. Ich tappen wir alle. Ne. Ein Versuch. Ah ne. Da heilt sich. Am Arsch. Ah. So. Piu. 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 So. Ah. Da kommen die schon wieder runtergedackelt. Ich glaub's nicht. Ah. Ja. Greift mich an. Ah. Hä. Ist der schon weg? Hm. Ja. Wir sind irgendwie in die Defensive gedrängt. Ich weiß auch nicht. Da stehen sie wieder alle rum. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Oh. Schade. Jetzt zappel nicht so rum Mizuki. Wie sieht das denn aus? Was sollen denn die Leute denken? Was hat der eine geschrieben? Das hab ich nicht mitgekriegt. Naja. War gar nicht so schlecht für Rap-Pvp. Nää. Es gab schon mal ein besseres. Liegt da an der Voidstar. Näää. Näää. Nein. Ich geb Brightstar. Brightstar ist einfach cool. So. Wir haben 500 Watt, weiß ich, geheilt. Oh. Okay. Ja. Heilung. Heilung. Achso. Ich dachte schon, hä? Mit meinem 500.000 bin ich aber ziemlich weit unten. Ja. Na gut. Okay. Wir sehen uns im nächsten PvP. Bis dann. Und ich werde auch Niederlagen hochladen. Ist mir egal. Hauptsache PvP. Tschüss. 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 Ja, danke.